Nein, aber sie bringt uns um, wenn wir nicht aufpassen. Ich geh ans MG. Ein Arbeiter namens Zac Young hat uns aus einer Gießerei in der Nähe angerufen. Die True Sons haben sie vor Monaten übernommen, aber er konnte fliehen. Ich hab ihm gesagt, er soll untertauchen. Ich versuche ihn zu erreichen, während sie vor Ort sind. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Hört ihr was? Nein, aber sie bringt uns um, wenn wir nicht aufpassen. Ich geh ans MG. Hört ihr was? Ihr schützt mich und ich schützt mich. Rüstung für uns! Nur noch eine Dosis. Agent am Boden. Agent außer Gefecht. Kein Lebenszeichen bei Agent. Music. Das ist das Wasser. this ist das Wasser. Die Zeit. Der war auch nicht. Ein Agent braucht Unterstützung. Hey Kelso, hier spricht Sie. Haben Sie den Zug gesehen? Den mit den Kanonen? Ja, ich sehe ihn. Wissen Sie, wo er hinfährt? Die Gleise führen durch die Gießerei. Wir müssen ihn aufhalten. Aber wie? Jede Menge geschmolzenes Eisen. Damit können wir arbeiten. Sie müssen zum Kontrollraum. Vorsicht in der Gießerei. Da ist es heißer als in der Hölle. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Lieutenant Gray hat mich enttäuscht. Tun Sie's nicht. Sie haben keine Chance gegen mich, Colonel. Willkommen in meiner Welt, Hurenzöhne. So langsam gehst du mir echt auf den Sack. Mehrere Gegner nähern sich. Ich bin ein Zeilen fürn. So langsam gehst du ab. Mehrere Gegner nähern sich. Lebensfunktionen kritisch. Agent am Boden. Agent getötet. Die Kanone ist zerstört, aber wir sind noch nicht fertig. Zack, wissen Sie, wo wir Colonel Morozova finden können? Beim Hauptofen. Durch den Aquädukt kommen Sie hin. Ein Agent braucht Unterstützung. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent außer Gefecht. Kein Lebenszeichen bei Agent. Anstoche von Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Aber eines ist sicher. Sie ist in hochpolitischen Kram verstrickt. Untertitelung des ZDF, 2020 Agent Kampford System gefährdet. Sofortiger Neustart wird es vorliegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020